Musik Für uns in der Tiroler Sparkasse ist es eine große Freude, dass die Kollegin auf eine Eigeninitiative hin nun auch die zweite Münze, zumindest im Namen der Tiroler Sparkasse, gewonnen hat. Der Kaiser Maxivilian, der Große, ist ja schon lange zu Gast hier in der Tiroler Sparkasse. Lasst hören laut euren Jubel. Jubel! Mich interessiert es einfach, hat es immer schon interessiert. Also jetzt werde ich nochmal sehr viel sagen und stolz sein drauf und dann natürlich aufheben und sehr ehren. Tschüss! Musik 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 Musik